hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen 1500 abo special und ja wer ihn nicht kennt er ist ben ich bin sebastian und ja schön dass ihr eingeschaltet habt ja 1500 abos sind endlich geknackt und ich möchte mich tierisch bei euch bedanken also vielen vielen dank ist wahnsinn was hier der letzte zeit abging ohne ende kommentare ohne ende abos natürlich auch wegen den guten stück hier der pico 4 hat natürlich sehr viel aufmerksamkeit bekommen dann gab es aber auch noch eine schattenseite wer es nicht mitbekommen hat ich bin quasi attackiert worden von irgendwem der meint es witzig zu finden mein kanal mit abokauf und so weiter ja zu unterstützen ja ist eigentlich eher negativ wenn man abos kauft und eventuell sogar likes und klicks bin ich mir nicht sicher youtube ist informiert youtube hat gesagt es geht sogar jetzt eine etage höher die wollen jetzt herausfinden was da genau los ist aber ich habe bin stetigen e mail kontakt mit denen und ja da bin ich mal gespannt was da kommt aber die gekauften abos die 500 dies waren die sind innerhalb von anderthalb tagen auch wieder weg gewesen das ist das positive also wir sind jetzt wirklich bei ja wir katzen aktuell kurz vor 1600 aber die 1500 sind geknackt definitiv da bin ich ja auch stolz drauf ich würde auch niemals im leben würde mir einfallen abos zu kaufen weil ich freue mich echt um jedes abo was ihr mir gebt jedes kommentar jedes like was ich mir dann verdient habe durch durch meine videos und das würde ich mir gar nicht nehmen lassen um irgendwie ja einfach mehr abos zu haben ist einfach schwachsinn ich mache das hier aus hobby es wäre cool wenn aus hobby irgendwann ein bisschen teilzeit beruf wird aber er geht es in die hobby schiene halt rein und ja dafür möchte ich mich bei euch bedanken und ja was können VR fans am besten gebrauchen ja geld geld braucht man immer aber spiele keys habe ich mir gedacht sind gehen immer gut und ja ich habe einige entwickler angeschrieben mit denen schon lange in kontakt bin es sind sogar noch zwei drei in der pipeline wo ich nicht weiß bekomme ich da eventuell doch noch was entschuldigung auf jeden fall habe ich jetzt schon eine ganz gute liste zusammen was ich für keys habe und die gehe ich mal ganz kurz mit euch durch es wird mehrere videos geben mehrere gewinnspiele und dieses intro was ich jetzt hier aufnehmen ist aber an jedem video oder an jedem game gewinnspiel dran also das ist das erste video was ihr dann seht fand ich jetzt am einfachsten so zu machen auch wenigen kommentaren es gibt verschiedene keys verschiedene plattformen auch von der anzahl her ist das teilweise unterschiedlich von daher ist es am einfachsten wenn man für jedes spiel ein eigenes video macht ja wir haben wanderer haben wir ein steam key bekommen wir haben die mio zwei keys bekommen da können wir uns die plattform sogar aussuchen dann haben wir das secret of retropolis die haben mir sechs keys zur verfügung gestellt drei steam keys drei quest keys dann haben wir after the fall after the fall die haben mir auch sechs keys zur verfügung gestellt also mega auch für meta quest playstation via und steam jeweils zwei keys und dann haben wir blade and sorcery da habe ich zwei steam keys bekommen und mega also ich finde das sind alles richtig geile games und ich bin super dankbar dass die mir die diese gegeben haben und ja sehr viele entwickler haben auch geschrieben es wäre echt nett aber auch an die leute da draußen die das spiel eventuell sogar haben alle spiele egal welche schreibt rezensionen wenn euch besonders wenn euch das spiel gefällt schreibt rezensionen meistens schreiben die leute nur rezensionen wenn ihnen was nicht gefällt aber die vr entwickler brauchen unbedingt mehr unterstützung besonders bei steam via ist es so wichtig positive bewertung zu haben als am ranking gibt und so weiter und von daher schreibt positive rezensionen wenn euch ein spiel gefällt das ist mega wichtig und natürlich wenn ihr hier diese spiele auch gewinnen solltet würde ich mich natürlich freuen wenn er dahingehend auch den entwicklern ein bisschen unterstützung leistet ja leute nach diesem video jetzt hier nach diesem intro wird es dann zu dem jeweiligen spiel gehen und zu dem jeweiligen gewinnspiel und ja ich gebe mal ab an sebastian so hier sind wir beim game die mio und das ist ein richtig geiles game muss ich sagen ja brettspiel in vr aber einfach super umgesetzt und ein toller dungeon crawler was man alleine spielen kann aber auch mit mehreren leuten und ja macht natürlich im multiplayer am meisten spaß und die arbeiten daran wie verrückt resolution games die hauen ein update nach dem anderen raus also top einfach super und ja das game gibt es ja auf verschiedenen plattformen und ich habe zwei keys zum verlosen bekommen und zwar könnt ihr euch sogar dann aussuchen ob ihr einen pico key haben wollt ein quest key oder ein steam via key also das könnt ihr euch aussuchen und ich werde das dann im nachhinein wenn die gewinner feststehen und ich habe kontakt mit euch dann werden wir das regeln wer was haben möchte und dann werde ich das dann ja bei resolution games dann anfordern und dann bekommt ihr den key also ich kann euch das spiel nur ans herz legen wenn ihr jetzt hier nicht gewinnen solltet solltet ihr definitiv mal ein auge drauf werfen und eventuell kaufen weil das ist einfach genial das game seht ihr auch an den positiven recession hier 91 prozent positiv bewertet und ja also echt toll geiles game und ja was müsst ihr tun ihr müsst einmal natürlich abonnent sein und dann müsst ihr einen kommentar schreiben auf meinem ja in unter dieses video hier und ja schreibt dass ihr das spiel hier gewinnen wollt warum wieso weshalb könnt ihr gerne schreiben und dann müsst ihr noch ein code wort mit integrieren sage ich einfach mal oder mit ins kommentar bringen und das ist dungeon crawler ohne dieses codewort werdet ihr nicht zugelassen an der an der verlosung und ja ich werde dann weiter ziehen also hier gibt es zwei gewinner also es gibt keine doppel gewinner also dass wirklich einer hier mit zwei keys raus gibt auch wenn er zweimal gezogen werden sollte dann werde ich das wieder neu ziehen so dass auch zwei gewinner hier existieren und ja ich wünsche euch viel glück und dankeschön für eure aufmerksamkeit und ja falls ihr meinen kanal noch nicht abonniert habt das abo drücken unbedingt und naja tschüss tschüss Vielen Dank.